932, nee, das mache ich mit der Motte. So, eigentlich bräuchte ich jetzt noch ein zweites Tauchdock, hier direkt nebenan. Einfach, um hier komplett den Verstand zu verlieren. Könnte ich bauen, ich habe die Rohstoffe. Das müsste dann sogar rein theoretisch auch in derselben Richtung sitzen, aber wenn wir den Zyklopen haben, oh, haben wir quasi das zweite Tauchdock dabei, weil in den Zyklopen können wir halt ein Fahrzeug einlagern. Und in der Regel, wenn wir dann irgendwelche Basen schon haben, dann braucht man einfach nur den Zyklopen daneben zu parken und dann haben wir halt ein zweites Fahrzeugdock. Oh, hier geht es aber auch schon runter. Pils-Bio rum, hallo Pilze! Wo sind wir denn hier? In Norden. Die Aurora ist ungefähr da. Da müssen wir dann auch demnächst hin, in einer halben Stunde. Uiuiui. Und es geht noch tiefer. So, das ist die Kapsel von Joky Kazaar. Ja, Fisch, verschwinde ruhig. Integratieren neue PTA-Data. So, die können wir uns auch eigentlich direkt anhören. Überlebende der Aurora. Überlebende der Aurora. Überlebende der Aurora. Das ist die, die ich aus mir verkaufen würde. Ausreden, das sind die Leute, die mir von mir bekommen. External temperate, anerkennen die Kriterien. Show mir die Weg. In der Leben, Wahrheit und Liebe, für meine ist das Wichtigste. Ich bin der Ein. Auf und auf und auf und auf. Impfung. Es ist ein Ziel, das die Universität spielt mit sich. Ich bin fertig zu spielen als diese Bündel von Flasch. Zurück mir! Irgendwas sonst wie Spannendes. Außer, dass es hier immer tiefer hinunter geht. Pong! Pong! So, das sind 200 Meter. So, und eine Sache, die mich jetzt davon abhält, das ganze Spiel in VR zu spielen, ist diese Anzeige da oben rechts. Wann die Sunbeam hier ankommt. Die ist nämlich in der VR-Mod, selbst mit der VR-Mod, die schon viel korrigiert, ist das einfach nicht sichtbar. Und das stört mich schon so ein bisschen. Oh, hier geht's noch weiter runter. Da ist ein Wrack! Hallo Wrack! Und hier ist schon wieder so ruhig. Jo! Ich speichere mal, falls irgendwas Blödes passiert. ... 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 Und dann gucken wir mal, was hier noch in dem Lüftungsschacht hier versteckt ist. Sackgasse. Blubberblasen. Okay, Eingang. Interessant. Maschinenraum. Da ist noch ein Krebsarm. Den habe ich aber schon. Das verschüttet. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Ich habe das Gefühl, das Spiel ruckelt schon wieder so ein bisschen. Da kommen wir hier bestimmt auch rauf. Hier ist bestimmt noch ganz viel. Nutzloser Scheiß. Okay, Sauerstoff habe ich noch genug. Da ist auf jeden Fall ein PDA. Finde ich gut. Und ich habe das Gefühl, nach einer Zeit fängt das Spiel tatsächlich an zu zuckeln. Ah, dann sind wir hier. Okay. Gut. Dann kann ich mich ja noch ein bisschen umgucken. 135 haben wir noch. Einfach, dass wir hier alles mitgenommen haben. Das scheint alles gewesen zu sein. Hier leuchtet auch sonst nichts mehr. Irgendwie nach PDA oder so. Ne. Gut, dann kann ich hier raus. Meinen Krabbi könnte ich dann nochmal einfärben. Und ich könnte nochmal eben den hier so 1491. 1491. Wrack ist erkundet in 331 Meter Tiefe in Richtung Südosten minus 2. Im Südosten minus 2. Mein Gott, so weit draußen war ich noch nicht. Das ist so im Nordwesten gerade. Meiner Karte. Ich könnte dich fangen. So, aber man hört schon, wie die Viechers hier rumrumoren. Und ich möchte tatsächlich nicht Teil der Nahrungskette werden. Ich glaube, das Ding ist hier auch irgendwie mit Mountains oder so. Mountains Biome. Ne, Gebirge. Pilz Biome. So, und ich meine hier in dem Pilz Biome ist auch noch irgendwo ein Wrack. Was man hier finden kann. Oh, das ist so still hier. So, schnell rauf, wo es sicher ist. Schön, 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 schön. So, dann haben wir auch eine neue Nachricht bekommen. Dann habe ich, glaube ich, noch zwei Wracks, die ich inspizieren muss. Zumindest laut meiner Liste. Ich muss mal gucken, ob das alles noch stimmt. Und dann kommt der Sunbeam Event. Da überlappen sich schon wieder zwei Musiktracks. So, hier unten will ich hin. Oh, und du Viech. Du kannst dich auch mal verpissen hier, ey. So, der Krebs kann jetzt erst mal raus. Willkommen, alte Kapitän. Boah. Weil die Seemotte muss aufgeladen werden. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob der jetzt Strom verbraucht, während der da einfach nur rumsteht. So, das brauchen wir hier nicht. Zu trinken habe ich ganz viel. Das benutze ich dann auch mal. Nährstoffding auch. Pam. So, Titan, können wir wieder einlagern. Wir haben ja wieder Platz. So, was haben wir hier noch für eine Nachricht? Okay. Den haben wir schon. Den haben wir schon. So, Überlebende der Aurora. Was haben wir hier noch? Wirtschaftlichkeitsprognose. Zwei Möglichkeiten. Erstens, weiterhin Langstreckenmissionen bis zum Rand an, äh, bis an den Rand des Universums durchführen. Und zweitens, ein gewinnbringendes Geschäft aufbauen, an Altera verkaufen, glücklich jedem bis zum Ende aller Tage. Ich nehme zwei. Ideen. Ein Roboter, der andere Roboter baut. Ein Wasserfiltersystem mit unendlicher Energie, Solarenergie, Körperwärme, Halten, Sterne, ewig prüfen. Ein Phasentor, das von selbst reparierenden Roboter anstelle von armen, einsamen Menschen auf einer 18-monatigen Mission gebaut werden kann. Was passiert, wenn etwas schief geht? Ein VR-Programm, das das reale Leben bis ins kleinste Detail präzise simuliert. Woher weiß ich, dass ich das nicht schon längst erfunden habe und ich mich gerade jetzt darin befinde? Eine Waffe, die andere kleinere Waffen verschießt, kann dazu keine wirklichen Einwände erkennen. Auch toll. Von wem ist das denn? Aber das scheint halt echt diese Welt zu sein, wo dann die Leute echt mit jedem Scheiß Geld verdienen können und dann in den Betriebsrat aufsteigen. Ja, aber doch wird ein bisschen was gefunden. Äh, ich denke mal... Da, Krebsbohram, den muss ich bauen. Lithium brauchen wir auch für. Fünf Titanen, vier Diamanten. Benzol habe ich noch nicht, aber da weiß ich, wo ich es herkriege. Schwefel haben wir noch gar nicht. Kyranid auch nicht. Nickel-Erz habe ich auch noch nicht. Sonar würde ich gerne bauen. Torpedosystem. Ich brauche eigentlich das. Da haben wir hier nämlich das Modul drin, das Frachtmodul. Also haben wir noch Platz für das und ich hätte gerne das Sonar auch noch da drin, weil mit der Seemotte möchte ich mich nicht unbedingt aktiv mit Waffen verteidigen, sondern hier das Ding benutzen. Aber Polyanilin kann ich noch nicht basteln. Da kann ich dann eher das Aufladegerät nehmen, aber dann muss ich das Sonar rausschmeißen. Beziehungsweise ich muss das dann halt immer mitführen. Das ist ein bisschen doof, dafür misse ich meine Mod mit mehr Slots. Aber so ist das Leben. Und ja. Dann würde ich mal sagen, wenn ich jetzt die Session mal hier... Ist ein bisschen länger gelaufen, weil ich habe am Anfang viel vorgelesen. Das muss ich ein bisschen anders schneiden. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Session wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.